Grönland. Grönland ist eine ziemlich große und eisige Insel, die abgeschaut vom Mutterland Dänemark am anderen Ende der Welt liegt. Bis auf eine Handvoll Einwohnern und ein paar Eisbären gibt es in Grönland bis auf Eis, Schnee und Bergen nichts. Fast nichts. Auch wenn Grönland nur eine Bevölkerung von 56.000 Einwohnern hat und es mancher bis zu zweistelligen Minusgraden kalt wird, gibt es trotzdem Menschen im Land, die eine Sportart betreiben. Sportarten wie Skifahren, Angeln, Snowboarden, Eisklettern und auch Hundeschlittenrennen sind in Grönland sehr beliebt und können wegen den klimatischen Wetterbedingungen im Land sehr leicht ausgeübt werden. Neben Skispringen gibt es auch Sportarten wie Fußball, Handball, Leichtathletik, Badminton im Land. Manche sind so stark populär geworden, dass sie sich eine eigene nationale Sportmannschaft gegründet haben, die das Territorium Grönland bei internationalen Turnieren repräsentieren soll. Seit 1999 ist beispielsweise der grönländische Nationale Volleyballverband Mitglied im Weltvolleyballverband und im Europäischen Volleyballverband, aber konnte sich bisher noch nie für ein großes Turnier qualifizieren. Auch hat Grönland eine eigene Handballnationalmannschaft, deren Männer es 2001, 2003 und 2007 geschafft haben, sich für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Seit 2018 nahm auch die grönländische Federballmannschaft an den Badminton-Europameisterschaften für Männer und Frauen teil und war dort sogar gar nicht mal so erfolglos. Wo Grönland jedoch erfolglos ist, ist im Fußball. Obwohl Grönland seit 1971 einen eigenen Verband sowie der zugehörige Fußballnationalmannschaft führt, wird der Fußball im Land kaum international anerkannt. Grönland ist weder Mitglied in der FIFA sowie in der UEFA oder CONCACAF. Aber warum eigentlich? Wieso hat Grönland keine international anerkannte Fußballmannschaft? Und was muss der Fußball im Land tun, um international anerkannt zu werden? Das und vieles mehr gibt es im heutigen Video. Also bleibt dran. Beginnen wir aber erstmal mit etwas Wissenwertes über das Land. Grönland ist eine geografisch in Nordamerika liegende kalte Insel, die zwar autonom sind, aber trotzdem noch zum Königreich Dänemark gehören. Ich werde in diesem Video zwar sagen, Land zu Grönland, aber eigentlich gehören sie noch zu Dänemark. Die Hauptstadt Grönlands ist Nuk und die offizielle Währung ist die dänische Krone. Stand Januar 2021 hat Grönland insgesamt 56,4.000 Einwohner und eine Bevölkerungsdichte von 0,026 Einwohner pro Quadratkilometer. Mit einer Fläche von über 2 Millionen Quadratmeter ist Grönland nicht nur die größte Insel der Welt, sondern hat gleich vier Zeitzonen. Das Wappentier Grönlands ist ein Eisbär auf blauem Grund. Einer der größten Probleme Grönlands ist nicht nur die dort herrschende Klimabedingungen, denn im Land ist es sehr, sehr kalt, sondern die hohe Selbstmordrate im Land. Auch ist der englische Name des Landes mehr Clickbait als Gesamt-YouTube-Deutschland. Kommen wir aber jetzt zum Fußball. 1971 wurde der Grönlandische Fußballverband gegründet, um den Fußball auf dem dänischen Territorium zu entwickeln. Am 2. Juli 1980 absolvierte das Land im Greenland Cup ihr allererstes offizielle Länderspiel, ließ man aber 6 zu 0 gegen die Ferro-Inseln, die auch Teil des dänischen Königreichs sind, verlor. Obwohl der Grönlandische Fußballverband mehrmals versucht hat, sich zu bewerben, ist Grönland weder Mitglied in der FIFA, UEFA oder CONCACAF und darf deshalb an keiner WM- oder EM-Qualifikation teilnehmen. Die Grönlandische Fußballnationalmannschaft nimmt deswegen regelmäßig einen von der FIFA nicht organisiert wordenen Fußballturnierenteil. Ein Turnier, wo das Land häufig auftritt, ist den Inselgames, die Inselspiele, wie der Name schon verrät, ein Turnier für Inseln. Gewinnen konnte man die Spiele zwar nie, dafür wurde man 2013 und 2017 immerhin Zweiter, sonst wurde man 1989, 1993 und 1995 Vierter. Auch ist Grönland Mitglied in der CONCACAF, ein Dachverband für Nicht-FIFA-Mitglieder. Dort konnte sich Grönland aber nie für ein CONCACAF-WM- oder EM-Turnier qualifizieren. 2003 holte Grönland bei einem 6 zu 0 gegen Shark den höchsten Länderspiel-Sieg Grönlands. Die höchste Länderspiel-Niederlage Grönlands war, wie schon mal erwähnt, die 6 zu 0 Klatsche gegen die Ferro-Inseln. Sonst verlor man noch 6 zu 0 gegen Grand City, Menorca und Isle of Man. Nicht nur eine Nationalmannschaft hat Grönland, sondern seit 1954, also seit 68 Jahren, gibt es eine nationale grönländische Fußballmeisterschaft, die in der Regel jedes Jahr stattfindet. Die Meisterschaft wird von vielen Außenstehenden oft als ungewöhnlich und einzigartiges Turnier bezeichnet, da die Meisterschaft in einer einzigen Woche entschieden wird. Das liegt daran, dass die Fußballvereine in Grönland weit voneinander entfernt sind. Auch hat Grönland keine vernünftigen Straßen und Strecken, die die Städte miteinander verbinden. Die einzige Möglichkeit ist, jedes Mal mit dem Flugzeug zu den Spielen zu fliegen. Allerdings ist dies erstens nicht gut für die Umwelt und auch dazu zu teuer und nicht finanzierbar. Auch heißt die grönländische Fußballmeisterschaft offiziell Coca-Cola GM und wird von Coca-Cola höchstpersönlich gesponsert. Dass Coca-Cola diesen Wettbewerb sponsert, ist zwar für das Video eher unrelevant, da aber die isländische Fußballmeisterschaft von Pepsi gesponsert wird, finde ich es ziemlich funny. Der Rekordmeister Grönlands ist B67 Nuuk mit insgesamt 13 grönländischen Meisterschaften und der aktuelle Meister ist N48 Elui Satt, die 2019 ihre 11. grönländische Meisterschaft feiern konnte. Die beiden Turniere 2020 und 2021 konnten wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Auch interessant, Grönland hat insgesamt 54.000 Einwohnern. Es gibt schätzungsweise in Grönland 5000 aktive Spieler. Das macht grob 9-10% der Bevölkerung sind aktive Fußballspieler in Grönland. Der beste in Grönland geborene Fußballer war Jesper Grönkir, der am 12. August 1977 in Nuuk Grönland geboren ist. Aktiv gespielt hat Jesper zwischen 1995 bis 2011 als Außenstürmer. Gespielt hat er unter anderem für Vereine wie Ajax Amsterdam, FC Chelsea, Atletico de Madrid und VfB Stuttgart. Auch für die Nationalmannschaft ist Jesper aufgelaufen. Zwar nicht für Grönland, sondern zwischen 1999 bis 2010 hat er für Dänemark 80 Länderspiele absolviert, darunter 2 EMs und 2 WMs. Also nochmal zur Wiederholung. Grönland hat einen eigenen Fußballverband, eine eigene Fußballnationalmannschaft, hat eine eigene Meisterschaft, die selbst von Coca-Cola höchstpersönlich gesponsert wird, aber Grönland ist weder Mitglied in den Kontinentalverbänden oder in der FIFA. Warum nicht? Warum hat Grönland keine international anerkannte Fußballmannschaft? An das wangelnde Interesse seitens der Grönländer kann es nicht liegen. Regelmäßig versucht der Verband einen Antrag auf Aufnahme in die Fußballverbände FIFA oder UEFA zu stellen. Diese werden jedoch regelmäßig vom Weltfußballverband FIFA abgelehnt. Der Grund für die Absage sei laut der FIFA, ein vernünftiges Stadion mit einem vernünftigen Rasenplatz sollten die Grönländer haben, um international anerkannt zu werden. Da aber das Land zu 85% mit Eis bedeckt ist, würde auch ein ordentlicher Kunstrasenplatz eventuell ausreichen. Das größte Problem, was die Grönländer jedoch haben, sind die Anforderungen der FIFA für ein eigenes nationales Stadion. Denn um Mitglied in der FIFA zu werden, brauchen die Grönländer ein Stadion mit einer Mindestkapazität von 40.000 Sitzplätzen. Etwa 71% der grönländischen Bevölkerung. Weshalb auch ein Bau solcher Stadion zum jetzigen Zeitpunkt nicht von den Grönländern geplant ist. Zwar kein Hauptgrund, aber kann auch noch ein Hindernis sein, dass Grönland kein souveräner Staat ist und eigentlich noch zum Königreich Dänemark gehört. Man kann sich zwar beschweren, warum die Ferroirinseln, obwohl sie deutlich kleiner sind als Grönland und kein eigenes Land sind und obwohl sie noch zum Königreich Dänemark gehören, ein vollwertiges Mitglied im Weltfußballverband geworden ist. Hier muss man aber jedoch bedenken, dass der Zeitpunkt, wo die Ferroirinseln als FIFA-Mitglied angenommen wurden, es andere Kriterien gab als heute. Heute sind die viel deutlich härter als damals. Tun wir mal so, Grönland meistert alle Hürden und Anforderungen auf eine Mitgliedschaft. Dann kann Grönland trotzdem durch das Votum der Mitgliedsländer der FIFA oder UEFA noch abgelehnt werden. Gutes Beispiel Jersey-Inseln 2018. Was möchte Grönland jetzt eigentlich tun? Grönland versucht trotzdem weiterhin Mitglied in der FIFA und UEFA zu werden. Auch die Mitgliedschaft im CONCACAF steht im Raum, aber dazu habe ich kaum Informationen gefunden, also lasse ich es hier erstmal raus. Um den Traum auf eine Mitgliedschaft zu verwirklichen, bekommt die Region tatkräftige Unterstützung. 2008 hat Grönland 4.000 US-Dollar Hilfgelder von der FIFA bekommen, um einen neuen Kunstrasen in Südgrönland aufzubauen zu können. Auch unterstützt der Dänische Fußballverband Grönland, das Ziel auf eine vollwertige Mitgliedschaft in der FIFA und UEFA zu bekommen. 2015 wurde ein Kooperationsvertrag zwischen dem Dänischen und Grönländischen Vertrag vereinbart. Das Ziel ist der Bau von vier bis sechs Kunstrasenplätze und die Förderung des Fußballs im Land und im Territorium. Abgesehen von der Förderung ist die Hilfe des Dänischen Verbandes für Grönland sehr, sehr wichtig. Denn da das Territorium Grönland kein unabhängiges Land ist und noch abhängig vom Mutterland ist, brauchen sie die Genehmigung des Verbandes des Landes, denen sie eigentlich angehören, um überhaupt Mitglied in der FIFA und in der UEFA werden zu können. Ein Problem, wo auch Grönland an der Mitgliedschaft gehindert werden könnte, das Wetter, weil wie gesagt, im Land ist es sehr, sehr kalt. Falls das wirklich daran scheitert, gibt es, wie ich gelesen habe, einen Plan B. Der wäre, sich mehr auf den Fußball in der Halle zu konzentrieren. Es gibt, wie ihr vielleicht wisst, nicht nur Feldfußball, sondern es gibt auch extra Futsal, also Hallenfußball-Weltmeisterschaften. Vielleicht sehen wir Grönland in ein paar Jahren anstatt bei einer Fußball-Weltmeisterschaft bei einer Futsal-Weltmeisterschaft. Mal schauen, wie die Entwicklung des Fußballs in Grönland so weitergeht. Ja Leute, das war es auch mit diesem Video. Was ist eure Meinung? Findet ihr von der FIFA aufgestellten Anforderungen zu übertrieben oder sagt ihr, ja genau richtig? Ich weiß wirklich nicht, wie das Video ankommt. Entweder wird das Video ein absoluter Flop oder die Leute feiern das. Wenn ihr es feiert, wollt ihr dann mehr von Nicht-FIFA-Mitgliedern, also zum Beispiel was zu Kunifa oder zu Katalonien, Abrasien, Tibet und so weiter, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder zeigt es, in denen ihr das Video bewertet. Liken oder abonnieren nicht vergessen. Das war es für den Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.